Konnichiwa! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid und heute geht's weiter mit japanischer Werbung wie jeden Freitag. Ich hoffe, ihr habt Bock und habt richtig Lust auf diese ganz komischen, verwirrenden Werbungen, wo du denkst, okay, es geht um Klobürsten, dabei geht's um Kaugummi oder so. Keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Naja, egal, wir starten bei 3, 2, 1, let's go! Oh, Vanille und Schoko bestimmt, oder? Ach Gott, ist das süß. Es ist Kaffee. Okay, ab, mich ich will den Kaffee haben. Reksona. Nein, ich sehe nicht aus wie Yuri. Oh, das sieht ja echt gut aus. Oh, Meiji. Jetzt. Schokolade. Wer ist Schokolade? Oh, Schokolade? Nein, das ist Koro-Sensei. Ich sehe, es ist Koro-Sensei. Was ist es jetzt? Es ist Kaugumi von Meiji-Ruki. Oh, das schmeckt aber schon richtig geil. Alles wie mit so, diese Cocktail-Biere. Und haben wir hier aber viel gedancen. Was ist das? Lecker. Alles klar. Nee, meinst du, meinst du, meinst du, meinst du. Nimm mich nicht. Uuah! CC-Lemon! CC-Lemon. CC-Lemon. Nein. Nein! Was willst du, wie der Torte die Runde gefällt ist an der Seite? Scheißegal, oder was? Haha, was? Kirin macht das schon. Busch, Busch, Busch. Bekki Moriki de Happy. Ironna Fruits u zubishite Riki. Kino gane minnani happy. Busch, Busch, Busch. Die Kinder? Ist das rechts ein Mann oder eine Frau? Bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Ja, das ist eine Frau, glaube ich. Was? 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 Oh, das schmeckt sehr geil. Hast du eine andere mal getrunken? Das war echt lecker. Wenn sie auch nirgert. Oh Gott. Oh Gott. Ach so, Gewürze. Also doch, ich will, da geht's eigentlich gar nicht. E incluso ein Banzuk. Ehhhhh! Wir breiten du... Was soll das sein? Nandeja! Eicht? Ja, ist das ein Video gewesen? Oder sowos? Ist das ein Gehirn oder ein Hoden? Eine Pflaume? Okay, das ist echt gut. Das ist ein Gehirn. Das ist ein Gehirn. Choco? Choco? In Japan, es ist ein Wetter. So, aus dem Rottes No-Dame. No-Dame? Aus dem Rottes No-Dame. Was? Was ist das? Was ist die ganze Zeit? Was ist das? Pass. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Oh. Das ist ein Thema. Das ist nicht so. Das ist ein Team. Monster Strike. Monster Strike. Das ist ein Team. Genau. Welche japanische Werbung hat euch denn am besten gefallen? Schreibt's mir unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr meine Lustige seht, schickt sie mir gerne. Denn es gibt so viele dumme Werbungen und es ist gut so. Auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder am Freilache zu japanische Werbung. Und ansonsten jeden anderen Tag und Sayonara!